So, da rein. Geh mal doch rein, Digga. Rein. Gebeideltes Runde, Alter, was ist da los, ey? Ich muss, äh... Aha. Findest du, ja? Ja, ein bisschen, glaube ich, was gebaut auf jeden Fall. Habt ihr vergessen, wo ich war, da war letztens. Ach, ich wollte Feuerball herstellen. Pär und Knochenmehl. Ja. Digga, das dauert ja ewig. Das dauert ewig. Genau. Vielen Dank. So, Knochen, du mal hier rein. Dann läuft der Laden, oh, jetzt will ich mal wieder upgraden können. War nicht, immer noch nicht. So, wachs als Funken, ein Stück, alter. Ich glaube, den Stauberstaub schon verbessert. Ja, das Ding habe ich nicht verpasst. Ich verpasse es jetzt aber. Okay. Warte, mich doch mal dahin. Ja. Was ist da, wie das vor ist? Hm, naja. Ist doch gut, ich würde irgendwie... Ah. Oder ich versuche irgendwie außenrum zu laufen. Ich glaube, außenrum ist geil. Ja. 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 Was haben die die Mobdichte erhöht? Oder sind die immer so viel? Ob den die Pflanzenfasen lang hat. Ja, die haben alles erhöht. Ja, was ist der Unruhen? Gibt es hier was Gutes? Nein, da gibt es gar nichts. Das ist eine böse Käfer. Halt. Gibt es da hoch? Aber wir haben auch viel noch. Okay, oder auch nicht. Sehr Dankeschön fürs Leiden. Hätten die 100 Brody Mobdichte erhöht, oder? Krass. Das Spiel heißt Entschrouded Nebelstulle. Okay, nice. Okay, nice. Okay, nice. Jo. Das sind noch Erdbeeren wieder. Ja. Erdbeeren, Leute. Ich bin voll okay. 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 Ich würde so einen Haufen nehmen, geil. Ich würde so einen Haufen nehmen, ich würde so einen Haufen nehmen, ich würde so einen Haufen nehmen. Ich würde so einen Haufen nehmen, ich würde so einen Haufen nehmen. Ich würde so einen Haufen nehmen, ich würde so einen Haufen nehmen, ich würde so einen Haufen nehmen. Ist das Kupfer? Ich würde so einen Haufen nehmen, ich würde so einen Haufen nehmen, ich würde so einen Haufen nehmen. Ich würde so einen Haufen nehmen, ich würde so einen Haufen nehmen, ich würde so einen Haufen nehmen. Ich würde so einen Haufen nehmen. Ich würde so einen Haufen nehmen, ich würde so einen Haufen nehmen. Ich würde so einen Haufen nehmen, ich würde so einen Haufen nehmen, ich würde so einen Haufen nehmen. Ich würde so einen Haufen nehmen, ich würde so einen Haufen nehmen. Ich würde so einen Haufen nehmen,´ meine Haufen nehmen. Okay. Was ist das? da bin ich wieder dieses krasse camp alles der wieder bei oscar das ist halt ich antworte ist eine andere sache vielleicht brauche ich mal lagerfeuer ohne über sind hier wie ich 1233 1477 units level 206 und bis damit auf platz 1 also so ein praten ausruhen katze red dead redemption ist ein geiles spiel habe ich habe ich gespielt ja sorry lässt er mich nicht schreiben leider spiel ist auf pc wieso leider luca ich finde es nicht leute und groß geht ich habe es mir auch nämlich geholt heute für 20 wollte mit dir mal zacken ach so ok ja gut was spielst du das spiel ich dachte das gibt es doch im pc ps 45 oder so kommen wir jetzt noch raus oder das ist also pal world da bin ich übrigens wieder aufgekommen ja das soll crossplay werden bald also daher einfach nur warten wenn es crossplay hat ich bin zurzeit zu dumm für evita front auf pandora willkommen in der gang gang die morgen kommt meine drohne an soll ich damit tiktok machen so luca dankeschön fürs folgen deine drohne was hast du dir für eine bestellen ja wenn du bock doch was warum denn nicht groß kannst du durch starten alles machen was man möchte noch in 20 neues ja bist du schon mal gut ausgerüstet 300 euro es geht aber er hat neu wie viel die kostet pausen 200 aber gut die kann auch einiges ziel heute 10k oder anders zähle sie mal 10k erstmal ja auf jeden fall ich mache nur einen kurzen stream heute weil ich weiß nicht wie es hört mein hals ist nicht so ganz gut warte ich muss ein bisschen ausruhen noch oh mein gott da kommen 5000 leute alter hilfe hilfe das trifft mir immer noch ja ich bin noch ausgewählt aber der teleport bringt halt gar nichts mehr oh was ok kriege ich lebenswurfen ganz scheinend ist team kaputt weiß nicht steam lädt voll langsam seit dem update wir morgen früh in die apotheke und hol die lutsch bonbons für den pfalz ich lutsche sie auch so haha ja das muss ich wohl machen alter muss ich mal ah es sollte schon wieder das sein geht da flammenschäfte ist halt einfach nur ne oh wo ich den kleines gehirn flammenschäfte oder wenn es bei dir kurz hat ihr gehört auf jeden wo was selbe dankeschön wenn du komm und kommend ja jetzt hat sie vor 99 den langen wasser also so coole modes und ein symbol für den namen im stream die du gar nicht benutzen kannst da oben ist einer ja egal oh nein das ist auch so schwer einfach auch mensch ja gut das war aber nicht so weit zum laufen ja auch mal zeit als immer noch erst platziert ja ja jetzt keine pflicht aber vielen vielen dank das ist das ein pro oder namen und du hast special emotes von meinem kanal jetzt also können wir können wir ich sehe halt nix die nur viechers aber wie hier ist ja überhaupt nicht erhöht also was jetzt packt er in der boden im boden rum schon wieder ach gott ich baue mir erstmal kurz ein lager lagerfeuer auf jeden fall sechs holz die 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 hat schon wie ich hier ne ich ach so ich kann nichts bauen weil ich ein flammeltappe braucht hat sich dann schon erledigt und wollte mich kurz zurück hallo du es was geht ich kann es nicht mehr so ich kann es nicht mehr so ich kann es nicht mehr so als die pülze ja 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 Das war's für heute. Ah, ist so ein Stück noch. Geht, ciao, geht, ciao. Ah, ist so ein Stück. 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 oh mein gottes und rudel mutter online ja wie viele noch alter doch jetzt auch zur rudel mutter ob ich hier was ich habe was one shot einfach ist dein ernst ja naja leute ich glaube ich gehe auf mein hals ist halt echt nicht so gut aber ich habe kurz das film leider aber schönen abend bis morgen ciao